Die sich hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Wohnung ist stufenlos zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Wohnung ist luxuriös ausgestattet. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 948 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. die Wohnung wird und den Taschmiete von ca. 50 Quadratmetern geöffnet. Die Wohnung ist mit einem Schlafzimmer.